Leuchtet auch so. Ja, jetzt muss er nur an die andere Seite wieder kommen. Warum brauche ich die Dinger hier? Die sind ziemlich schwer. Das sind ja auch Steine, Chicken. Habe ich die gerade kaputt? Ich habe die kaputt gemacht. Ich mache immer alles kaputt. Mir kann man nichts anvertrauen. Alles geht kaputt, was ich anfasse. Wie sind sie, haben wir einen Schlüssel dadurch bekommen? Oh, und eine weitere Kiste. Das ist sehr schön. Okay. Dann wieder Stapelarbeit. Jetzt hätte ich gern Patafix oder so. Die Dinger müssen echt magnetisch sein. Ich rieche wieder, dass Schwerkraft böse aus mir ist. Nicht? Wahrscheinlich werden nicht, dass ich den Schlüssel sammle. Dann sammeln wir erstmal alles andere. Die Frage ist wie. Du hast immer noch ein Problem. Obwohl, daran kann ich auch nichts befassen. Ja, so, jetzt wird weg. Chicken, was machst du Kisten? Damit ich einen Hass gegen sie entwickle. Ich weiß nicht, konnte ich es erreichen. Und nun? Dann muss ich die einfach nur aufeinander stapeln und dann hoch springen. Um da ranzukommen. Irgendwie bezweifelt, dass das klappt. Ja. Wie gesagt, die Gute, aber Chicken's Arme sind zu kurz. Ja, Chicken's Arme sind nicht das Einzige, was zu kurz ist. Ich kann es echt nirgends wo anbringen. Ich kann es echt nirgends wo anbringen. Ich kann da durch. Aber für mich ist das halt ja wohl. Ach, Kiste kann da durch. Okay. Aufzug! Ich sollte mich nicht runterstellen. Auch, weil ich keine grüne Spinne bin. Ich sollte mich trotzdem nicht runterstellen. Was ist das da von oben schnippen? Nee. Oder muss ich die Kiste auf den Schlüssel fallen lassen? Ich kann ja nicht durch, aber die Kiste kann sicherlich durch. Und den Schlüssel nach unten. Was liegt denn nach oben? Okay. Verdammte Schwerkraft, die überhaupt keinen Sinn ergibt! Was ist das? Und jetzt? Ich bin nicht hier drin gefangen, oder wie? Rundherum kann ich das nicht nochmal. Haben den Wegler wohl nicht bedacht, ne? Da muss ich mich da oben an der Wand hocharbeiten. Dann habe ich mir auch noch. Als ich den Winkel hinkriege. Kleine Anfragen schicken. Lass mich raten, sobald ich das Ding einsammle, dreht sich die gesamte Schwerkraft um. Das ist nicht auch so typisch. Das ist nicht so typisch. Das wäre so typisch. Dann warten wir uns mal so vor, um hier wieder rauszukommen. Flatsch! Jetzt müssen wir doch dort unten irgendwie rankommen. Ich stehe mir ein bisschen in den Raum. Ich wurde eigentlich schon mal versucht. Eigentlich ja. Den Raum konnten wir auch von ganz oben drehen, ne? Oder war es ein anderer Raum, den wir gedreht hatten? Welchen anderen Raum konnten wir irgendwas auch noch drehen? Wir lassen die Stadt womit nichts. Das ist wirklich cool, das mit den Kisten. Aber was bringt uns das, das von hier oben zu drehen? Das ist für mich irgendwie nicht den Sinn. Vergiss nicht, wie kommen wir dort unten hin? Da wäre ein Weg. Was ist das für ein Raum? Da war eben bloß ein Ito. Sonst war da ja nichts richtig. Ja. Flatsch! Flatsch! Sonst gibt es ja keine weiteren Ausgänge, oder? Nein, scheint nicht so der Fall zu sein. Ich müsste da irgendwie eins runter. Ich muss auch nicht mit dem Raum verpumpen. Wie komme ich da hin, ist die Frage. Hm? Hier gibt es noch keine anderen alternativen Wege, die man ablaufen kann. Keine Löcher in den Wänden. Oder in den Säcken. Vorher war da oben noch ein Gang? Oder war das aber jetzt nur eine optische Illusion? Ich meine, ich hätte was Schwarzes da gesehen. Ich werde das hier nicht sehen. Ich frage jetzt, können wir doch... Irgendwie... Ohne mit zu viel Schwung. Ja, so. Okay, erstmal nur das Licht von da. An der Seite. Und da ist nichts. Eine optische Täuschung! Wow, 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 wow! Haben wir unten eigentlich schon mal versucht? Ach, schon. Einfach alles noch mal probieren? Könnte ich was übersehen haben? Ah, hier kann ich ja nichts machen. Hilf mir doch mal! Anschicken will ich nicht. Merke ich schon. Das stand jetzt mal auch unten, ne? Muss ich das einfach von hier oben hochdrehen? Was bringt das? Oder muss ich jetzt noch mal zurücklaufen? Komm ich dann irgendwo anders hin? Ja, tu ich. Ja, da war ein Teleporter. Hier gibt es doch bestimmt noch irgendwelche Idole, oder? Gefektbücher! Ja, da oben sieht so aus, als könnte man da durch. Wie komme ich da hin? Wo komme ich da überhaupt hin, ist die Frage. Da kann ich schon mal was mitarbeiten. Da kann ich schon mal was mitarbeiten. Da kann ich schon mal was mitarbeiten. Okay. Okay. Da ist nichts. Oder ist das, ähm, wo das Idol drin war? Das kann natürlich auch sein. Das ist wahrscheinlich auch so. Egal, gucken wir uns einfach noch ein bisschen weiter um hier. Schadet ja nicht, hier alles zu untersuchen. Da ist dann der andere Raum. Ja, da ist der Raum. Wo könnte ich denn noch versuchen, mit hinzukommen? Oh, könnte noch was sein. Oh, könnte noch was sein. Oh, was ist das? Oh, stimmt doch oben drauf. Ja, wir müssen ja eh alles mögliche untersuchen. Oh, was ist denn durch, wer ist denn hier nicht von der Decke gekommen? Oder ist der Winkel nicht? Der Winkel passt nicht! Oder ist der Winkel aus? Oh, was ist der Winkel? Da war es nichts. Da war es nur der Gang, mit dem wir durchgelaufen sind. Auf der anderen Seite vielleicht noch gucken? Krieg ich den Winkel am besten. Da war es nur der Gang. Da war es nur der Gang. Bis zum nächsten Mal.